. Nicht jedes Pferd kann Polizeipferd werden. Scheu oder schreckhaft, das geht schon mal gar nicht. Unsere Pferde müssen gelassen sein. Die müssen locker sein. Der Turnierer will eher ein Pferd, dass er ab und zu Pepp hat. Die Polizei sucht also coole Typen wie Chuck Berry. Vom Typ her ist er ganz ruhig. Er hat vor nichts Angst. Er schreckt auch nicht gleich. Ich dachte, stell mir mal der Polizei vor, als ich das gelesen habe, dass die Pferde suchen. Vielleicht können sie so was brauchen. Der Hauptsattelmeister Karl Single vom Landgestüt Marbach. Er ist der Fachmann. Er berät die Polizisten. Wenn der richtig gearbeitet wird und sich bemuskelt und mehr Kondition hat, wird sich das deutlich verbessern. Aber nicht nur auf den Körperbau kommt es an, sondern vor allem auch auf die inneren Werte. Ist das Pferd neugierig, mutig und gelassen? Der Reiter wollte es jetzt testen mit dieser Decke auf dem Boden. Und man hat es gesehen, das Pferd kennt das noch gar nicht. Und jetzt gehen die zwei Kollegen da hin und versuchen dann da einfach mit Boden, mit Hilfe das Pferd hier dazu zu bringen. Ihr seht, der Kollege spricht mit dem Pferd und schon geht das Pferd da drüber. Einer der Polizisten hat alle Pferde Probe geritten. Er will ein Gespür fürs Tier bekommen. Bei Demonstrationen oder Fußballspielen muss er sich auf das Pferd verlassen können. Ich habe die heimlich geübt. Oh, da brauchen wir nicht viel über bei dem. Na ja, das schenken wir. Okay. Test bestanden. Zur Casting-Premiere sind auch Kollegen aus Bayern angereist. Dort suchen sie gerade händeringend nach Polizeipferden. Vielleicht bald auch per Casting. Jetzt wird aber erst mal beraten. Was machen wir mit dem Schimmel? Das Gefühl gibt einem ein gutes. Also wenn du draufsetzt und ich glaube auch, den kann man anpacken, den muss man auch so ein bisschen motivieren und anpacken zum Weiterreiten. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Wir waren sehr, sehr positiv überrascht. Wir können natürlich keine zehn Pferden nehmen. Aber drei. Und die kommen gleich mit zur Polizei nach Ostfildern. Dort werden sie noch zwei Monate lang getestet. Dann erst gibt es den Kaufvertrag. Ein guter Tag für Züchter und Polizei? Von Polizeiseite bestimmt. Von der Polizeiseite auch. Ja, klar. Sicher nicht das letzte Polizeipferde-Casting im Gestüt Marbach. A BARB Untertitelung des ZDF, 2020